Und weiter jedes, ja, ein Yanniku. Großartig. Wir brauchen Zanzis Mixturen, dafür müssen wir Zombies und derartige Typen killen. Das Problem ist, hier sind Assis, die mir die Mobs weggekloppt haben, deshalb kann ich die jetzt nicht killen. Logische Konsequenz. Naja, kill ich halt einzelne. Das nervt mich ein bisschen, weil ich bin Magier, ich will Mobs backbomben, weißt du, und nicht hier Mob für Mob und die ganze Schose. Kommst du bitte auch? Danke. Wenigstens zwei auf einmal. Normal würde ich für zwei auf einmal nicht aus dem Bett aufstehen, aber gut. Wenn mir das andere so durchbleibt, das ist nicht schön hier. Es ist halt auch asozial, dass mir hier da irgendwelche Menschen die Mobs wegkloppen, das ist nicht nett. Also, wenn hier Leute das sehen, die mir hier die Mobs weggekloppt haben, tut das nie wieder. Ich bezweifle es zwar, aber da kloppt mir schon wieder die Eule dieses... Ich nehme jetzt alles, was kommt. Hier müsste gleich der Mobs spawnen, den wir für die Quest brauchen. Wir haben hier eine Quest, da müssen wir Fuß von jemandem finden und... Was ist das? Chuggies gewaltiger Ring, Maurice's Klumpfuß und Jonjons goldenes Handfenro. Großartig. Wenigstens droppen die Mixturen inzwischen mal besser. Kaum sage ich's, schon droppen sie scheiße. Nette Eule, trotzdem asozial, dass du mir die Mobs wegklopst. Ja, nette Eule. Bekannt, aus einer bekannten Gilde. Trotzdem, du sollst mir nicht die Mobs wegkloppen. Geh weg. Oh, da ist, das ist mein Mob. Jetzt ist alle Freundschaft vergessen hier. Das ist meine, meine, meine. So, meiner. Da geht nix. Also, das ist, da ist alle Freundschaft verloren, wenn hier ein Mob ist, den ich brauche. Also, Chucky, zehn Daumen. Großartiger Name. Ja. Mistgebohrt. Oh, also, das ist jetzt keine Beleidigung. Wenn er zehn Daumen hat, ist er eine Mistgebohrt. Da ist keine Beleidigung. Also, so, haben wir hier noch was? Nö. Ich geh auch ins andere Lager, weil der Droide springt hier rum. Das ist mir zu nervig. Außerdem gibt's da auch mehr Mobs. Hier müssen wir aufpassen. Hier sind wir die ganzen unsichtbaren Viecher. Ja, genau. Und es war so klar. Es war so selbstverständlich. Kaum sieht er mich, haut er mich aus vom, runter, Mount. Das ist unglaublich. Du bist mein neuer Arschfeind. Feind. Arsch. Du weißt, was ich meine. Ich hätte jetzt noch auf ihn spucken können, aber das wäre nicht nett. Ich versuche ja, nett zu sein. Das nervt mich immer ein bisschen, wenn ich vom Mount gehauen werde, weil es ist einfach unnötig. Es ist unnötig. Einfach unnötig. Es ist reine Zeitverschwendung. Wenn ich vom Mount wollte, könnte ich auch runtergehen. Aber ich will nicht vom Mount. Also lasst mich da beschissenerweise bitte drauf. Hier haben wir Hexendoktoren. Die sind unter der Typ, den wir brauchen. Wir haben hier einen Nager. Was haben wir links von uns? Nichts. Da haben wir noch einen Nager. Und dann haben wir Hexendoktoren. Wunderbar. Das ist natürlich sehr genial. Da bietet sich das an. Oh oh. Komm mir doch mal. Danke. Oh oh. Oh 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 oh. Das ist scheiße gelaufen. Dann machen wir jetzt mal das hier. Und warte darauf, dass ich meine Frostnova wieder ready habe. Und bombe dann. Alles weg. Alles. Alles. Auch dich. Auch dich. Auch dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ha. Hu. Ha. Yay. Ha. Ein kurzer Moment, wo ich... ...schon mein Leben ausgehaucht gesehen habe. Aber typisch nach meiner Devise. Gerettet. Boah. Alter. Darauf erstmal ein Schlückchen. Ey. Was war das denn für eine Nummer, ey? Ihr Drecksschweine. Hu. Ja. Adrenalin steigt. Das ist das zweite Item, was wir brauchen. Alter Verwalter, ey. Der Pool war aber auch mies, weil ich hab nicht gedacht, dass der hintere auch noch mitkommt. Und so ist das halt ziemlich daneben gegangen. Jetzt nehmen wir wieder vier. Oh, wo bist... Wieso... Wieso kommt ihr dauernd und dann überhaupt und alles... Na, komm. So, jetzt haben sie alle vier die Frost... Jetzt haben sie alle vier die Frostnummer, wollte ich gerade sagen. Nein, da kommt wieder einer raus. Hört auf zu cheaten, ihr Schweine. Cheater an die Wand. So, diesmal wird's nicht ganz so knapp. Es nervt einfach, dass die mich dauernd hier... Äh... Äh... Wir haben auch gleich wieder Level Up, das ist sehr schön. Und nur drei Videos, damit ich alle Quests fertig hab, ist auch sehr schön. Beziehungsweise ich geh von aus, dass es nur drei sind. Ich hab jetzt noch acht Minuten für... Zeit zwischen Zaubertempo um 25% verringert. Sag mal, wollt du ihm... Das ist auch nicht nett. Das ist... Nö, das ist nicht nett. Das finde ich nicht nett. Egal. Muss ich mit leben. Schweine. So, wir gehen hier rein. Hier sind die letzten, die wir brauchen. Kommst du mal ran, bitte? Danke. Und alle... Boah, das ist ja mal... Das ist ja einmalig. Alle festgefrostet. Und da gehen sie auch alle down. Herrlich. Jetzt könntet ihr ja mal die letzten drei... Was? Invent... Was? 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 Wie ein Inventar ist voll? Ich hab beschissene... Was ist das für Taschen? 20er Taschen? Ich hab 20er Taschen! Die könnten gar nicht voll sein. Oh Mann. Äh... Machen wir das mal weg und... Ja, ich... Ich müsste langsam mal ein paar Sachen ins Aha stellen, aber ich bin zu faul. Außerdem... Würde ich das dann offscreen machen und offscreen... Will ich nicht spielen, weil... Könnte ja irgendwas passieren und... Das will ich euch nicht vorenthalten. So. Äh... Zwei Stück brauchen wir noch. Zwo Stück. Nehmen wir doch... Den hier. Du hast eins dabei, sonst gib es auf die Fresse. Danke. Einzelne Mobs, besonders wenn sie Fernkämpfer sind, sind immer ein bisschen nervend. Aber es geht auch. Oh Mann. Wieso? 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 Wieso zögert ihr das Ganze nur hinaus? Das ist... Das ist so unnötig. Habe ich ihm den Gegenzauber noch gegeben in der letzten Sekunde? Und jetzt eins noch. Kommt schon. Respawn. Kommt schon. Ihr habt ne scheiß Geburtenrate. Jetzt respawnt doch mal. Oder soll ich euch... Blümchen, Bienen, wisser Bescheid? Dann respawnt, gefälligst. Gibt's doch nicht. Jetzt ist immer dasselbe. Da hinten muss ich für zwei Schnupftabak warten. Hier muss ich für ein beschissenes... Äh... Mixtur. Ein Mixtur warten, ja. Nö, sehe ich gar nicht ein. Ich warte nicht. Warten ist der natürliche Feind von mir. Neben Sauerkraut und Salat. Lass mich raten. Ihr kommt gleich wieder ein Panther und haut mich voll von hinten. Nein? Hm. Mein Lucky Day heute, wa? Hm. So. Einer. Zwei. Drei. Sollte genügeln. Theoretisch. Ich wette, es genügt nicht. Ich würde wetten, keiner von denen hat eine Mixtur dabei. Die haben so gerade alle vertickt. An die Holländer. Oder was weiß ich. Nein, er hat eine dabei, herrlich. Du bist mein neuer bester Freund. Nach den ganzen anderen Mobs, denen ich das schon gesagt habe, weil sie das Item getroppt haben, was ich brauchte. Haha, ich habe die Mobs weggekillt. Lol, Roffel, haha. Ja, ich darf gehässig sein. Sie haben ja auch wohl die Mobs weggekloppt. Außerdem habe ich Privilegien, die andere Menschen nicht haben. Einfach so, weil ich das so sage. Nein, Quatsch. Aber Rache ist Blutwurst, insofern. Jetzt brauchen wir noch... Es werden doch wieder vier Videos, das war ja klar. Von der Zeit her passt das nicht mehr ganz, wenn ich das richtig einschätze. Nur wegen den zwei beschissenen Schnupftabak und nur, weil mir irgendein Asi vorhin die Mobs da vorne weggekloppt hat. Und so sieht das nämlich aus, Leute. Das ist echt... Also World of Warcraft ist kein Platz, wenn ihr Sozialität sucht. Wenn ihr soziale Menschen sucht, geht auf... Na, geht auf die Straße, ist auch nicht gerade ein guter Tipp, wenn ihr soziale Menschen sucht. Puh. Wo geht man hin, wenn man Sozialheit sucht? Fällt mir nichts ein. Überall nur Assis unterwegs. Ja gut, in einem Kinderheim könnte man Glück haben. Die sind meistens ganz nett, jo. Oh, netzt der mich einfach. Du oller Netzer, jo. Alter. Stirb. 30 HP. Du lebst gar nicht mehr. Du bist schon scheintot. 13 Minuten. Pack ich nicht mehr. Schade. Ich wollte es echt in drei Videos packen. Es hat nicht gereicht. Schade. Aber was mir aufgefallen ist, die Qualität, beziehungsweise die Frame-Einbrüche, also es gibt keine Frame-Einbrüche, obwohl ich jetzt mit besserer Qualität aufgenommen habe, insofern werde ich das die nächsten Male beibehalten. Vorerst. Also, ich muss natürlich auch gucken, also, wie das nachher wirkt, aber ich hoffe, es wird ganz gut. So, alle Quests fertig. Ich cut hier nochmal kurz. Tschüss.